Ey Battlefield-Freunde, was geht ab? Sag mal, sitzen meine Haare eigentlich? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, ich bin's wieder, euer Lost und ich hab euch ja in einem der letzten Videos in der Zusammenfassung zu Battlefield 2042 schon mal ein bisschen was zu den Maps erzählt. Freut euch aber jetzt in diesem Video nochmal ein paar mehr Details und einfach genauer auf alle bisherigen Maps, die zum Start von Battlefield 42 am Start sein werden, geben, damit ihr einfach schon mal wisst, was Sache ist. Darüber hinaus werde ich euch erzählen, wie das Ganze mit dem Map-Layouts und so abläuft, denn das ist ein Stück weit anders, als wir das von vorangegangenen Teilen aus dem Franchise gewohnt sind. Labern wir aber nicht länger rum, kommen wir einfach mal zu den Maps aus Battlefield 2042. Die Karten in Battlefield 2042 werden extrem groß sein. Ich werde euch im Rahmen dieses Videos eine Vergleichsansicht geben für die jeweiligen Maps im Vergleich zu anderen Maps aus dem Franchise, damit ihr einfach ein Gefühl bekommt, wie massiv diese neuen Maps werden und das müssen sie auch, denn wie bereits bekannt geworden ist, wird es sowohl im Conquest als auch im Durchbruchmodus, bekannt aus Battlefield 5 und Battlefield 1, eine Spieleranzahl von bis zu 128 Spielern geben, was PC und die neuen Konsolengenerationen angeht, also PlayStation 5 und Co. Wenn ihr auf der PlayStation 4 und so unterwegs seid, werdet ihr euch mit 64 Mann begnügen müssen, habt aber dann auf etwas kompakteren Maps das gleiche Spielerlebnis. Um euch zu erklären, wie so eine Map auf Battlefield 2042 aussieht, nehmen wir uns einfach die neue Map Breakaway. Das ist die Map, die wir unter anderem auch im Reveal-Trailer das ein oder andere Mal sehen konnten, und zwar die Antarktis-Map. Das ist die größte Map zum Start von BF2042, die wir haben werden, und an dieser werde ich euch jetzt mal erklären, wie das ganze Layout aussehen wird. Die Maps in Battlefield 2042 werden auf Sektoren aufgeteilt. Das bedeutet, ihr habt diverse Sektoren, und diese Sektoren beinhalten Flaggenpunkte. Auf Breakaway sind das 10 Flaggenpunkte, die ihr einnehmen könnt. Und so kann es zum Beispiel sein, dass ein Sektor mit zwei Flaggenpunkten bestückt ist, und wenn ihr diese beiden Flaggen eingenommen und gehalten habt in Conquest, dann bekommt ihr diesen Sektor gutgeschrieben. Ich kann mir gut vorstellen, dafür gibt es noch keine wirklichen Details, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ihr für das Halten eines Sektors vielleicht einen Multiplier bekommt, der einfach dem Gegner noch mehr oder noch schneller Tickets abzieht, um dann schlussendlich die Runde zu gewinnen. Also es lohnt sich, Sektoren einzunehmen, und dafür müsst ihr die entsprechenden Flaggen darin einnehmen. Diese Flangenpunkte beherbergen sogenannte Combat Areas oder auch Combat Zones, und das sind diverse Punkte, die einfach verschiedene Arten von Gefechten promoten oder auch zulassen. Und auch hier am Hand des Beispiels Breakaway nehme ich einfach mal ein paar Punkte, die mir bekannt sind. Auf der einen Seite haben wir Outlook. Das ist der Punkt, den wir gerade zu Beginn des Review-Trailers sehen, oben auf dem Berg. Dieser wird nur überwiegend gerade über Flugfahrzeuge, also Transporter, Helikopter erreichbar sein, und der Kampf ist dort eben mehr oder weniger am höchsten Punkt der Map. Dann haben wir das Resource Depot, und das ist ein bisschen offener gestaltet auf einer Eisfläche und bietet mehr Möglichkeiten zum Beispiel für Fahrzeugkämpfe. Das heißt, wenn ihr Tankfahrer seid, seid ihr wahrscheinlich dort eher mehr unterwegs, weil dort einfach mehr Möglichkeiten für Fahrzeugkämpfe stattfinden. Dann haben wir das Oil Rig, und das soll prädestiniert sein für Close-Quarter-Kämpfe. Das heißt, wenn ihr einfach auf Mann-gegen-Mann-Fights, Infantry-Fights aus seid, dann werdet ihr wahrscheinlich am Oil Rig euren Spaß haben und könnt dort dem Gegner im Nahkampf aufs Maul hauen. Und dann ist bisher noch bekannt The Oil Port, und da soll der All-Out-Warfare stattfinden. Das heißt, zu Fuß, im Panzer oder natürlich auch im Flugzeug, dort kann alles aufeinander klatschen, weil die Umgebung es dort entsprechend zulassen soll. Das sind eben diese Combat-Zones, die extra auf der Map platziert wurden, um euch eine Möglichkeit zu bieten, zu entscheiden, hey, wo gehe ich hin? Welche Flaggenpunkte will ich einnehmen? In welchem Sektor will ich mich aufhalten? Wo habe ich vielleicht den meisten Spaß? Natürlich könnt ihr auf der ganzen Map unterwegs sein, und Battlefield 2042 bietet euch auch die Möglichkeit, relativ mobil zu sein, mit der Möglichkeit, Fahrzeuge zu callen, sie abwerfen zu lassen, dann zum Beispiel mit einem Quad wieder in die Zone reinrasen, und ihr müsst nicht die ganze Zeit zu Fuß unterwegs sein. Aber, wenn ihr zum Beispiel eine gewisse Combat-Zone habt, wo ihr wisst, hey, da prescht der Gegner auf dieser Map immer rein, da gibt es zum Beispiel immer Infantry-Fights, und da kann ich mich einfach cool eine Zeit lang aufhalten, und habe meinen Spaß und meine Action-geladenen Gefechte, dann könnt ihr eben diese Combat-Zones einfach direkt ansteuern, und euch darauf fokussieren. Könnt euch zum Beispiel mit eurem Team-Speak-Squad, mit Timmy, Peter und Kevin, einfach sagen, hey Leute, heute geben wir Eurig, und das verteidigen wir bis aufs Blut, weil einfach der Gegner natürlich auch Eurig haben will, und ihr wahrscheinlich dort kontinuierlich Fights habt, und nicht da steht, die Flagge einnimmt und Daumen drehen müsst, und nichts los ist. Und das ist einfach eine coole Dynamik, die die neuen Maps und diese Gestaltung der Maps im Battlefield 2042 bieten möchte, weil einfach auch gerade aufgrund der Spielerschaft von 128 Leuten, diese Möglichkeit auch da ist, und das auch ein Stück weit diesen Cluster-Fuck, der mit Sicherheit an den einen oder anderen Punkten stattfinden wird, aber versucht auch wird zu entziehen, um einfach den Fokus auf diverse Aspekte, Fahrzeugfight, Infanteriefight, Luftkampf oder so, eben da zu legen. Kommen wir aber zu den anderen Maps, die bisher bekannt sind, und da gehen wir auf die kleinste Map, die zum Start von Battlefield 2042 am Start sein wird, ein, und das ist Kaleidoscope. Das ist diese Stadtmap, wo im Endeffekt drumherum Wolkenkratzer sind, und in der Mitte ziemlich viel Grün, Parkanlagen, Straßen und so. Das sieht aus wie eine recht coole Map, mit der ich mich auf jeden Fall anfreunden werde, weil die orientiert sich auch an Battlefield 5 Rotterdam. Ihr seht den Vergleich zu Rotterdam, ist ja eine sehr Infanterielastige Map, aber auch hier Fahrzeugkampf, Infanteriekampf, Flugzeuge, sowie wahrscheinlich auf allen Maps in Battlefield 2042, ist diese All-Out-Warfare möglich, und dort wird auch als Revolution-Element der Tornado stattfinden, der natürlich auch das Spielgeschehen entsprechend beeinflussen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass ich als Infanterie-Spieler diese Map auf jeden Fall ordentlich feiern werde, weil ich mag das Setting auch, ich mag dieses Grün, auch wenn es für den Streaming-Encoder nicht so ganz wohltuend ist. Aber als Infanterie-Spieler kann ich mir gut vorstellen, in dieser Map auf den Wolkenkratzer von oben runter zu kommen, die Leute zu flankieren, und einfach mit dem Tornado ein bisschen durch die Gegend zu heizen. Die nächste Map ist Discharted, und das ist diese Strandmap, die im Endeffekt am Strand spielt, wo viele Schifffracks sind, und unter anderem auch ein großes Frachterfrack, in dem scheinbar auch ein Stealth-U-Boot sein soll, also ein U-Boot mit einem Stealth-Modus gebaut, jetzt nicht, dass es sich unsichtbar machen kann, aber ihr wisst schon, so wie die Stealth-Bomber, die man in der heutigen Zeit hat, und was das für einen Impact haben wird, ob man das fahren kann, I don't know, habe ich ja schon ein bisschen drüber erzählt, aber das wurde explizit in diesem Interview, den wir hatten, in dieser Präsentation einfach erwähnt, dass das da drin ist. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Frachter wohl eher Infanterie-Fights natürlich stattfinden, drumherum eher offeneres, sag ich mal ein bisschen sumpfriges, matschiges Gebiet, weil davor ja Wasser war, was zurückgegangen ist, Naturkatastrophe, die Welt hat sich verändert, und dort natürlich eher Panzer-Fights stattfinden, offenere Fights, eventuell mit Fahrzeugen, drumherum aber auch Hochhäuser oder Gebäudekomplexe, wo man auch aus Infanterie noch agieren kann, also auch wirklich sehr in Abwechslung von Infanterie und natürlich auch Fahrzeug-Fights, und hier ist auch der Vergleich gezogen, Map-technisch von der Größe zu Noscher Kanäle aus Battlefield 3. Im Rahmen der Revolution-Elemente, die auf dieser Map stattfinden, möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was Battlefield 2042 da bietet, denn es gibt einerseits diese Levolution, das sind zum Beispiel dieser Tornado, der entstehen kann, oder auf der Map Discharted, eben die sogenannte Ground Deformation, wie es Battlefield 2042 nennt, das heißt, es wird mit Explosionen die Möglichkeit geben, scheinbar Krater zu erzeugen, diverse Strukturen zu zerstören, aber auch Sachen einfach, ja, zu triggern, wie zum Beispiel auf Discharted, dieses Riesenteil, dieses Frachters, was weggeschossen wird, und dann runterklatscht und extrem viele Leute platt macht, aber zum Beispiel auch Sachen, wie Brücken, die ihr hoch und runter fahren könnt, diese Straßenpöller, die ihr hoch und runter fahren könnt, Sachen, die ihr ummodifizieren könnt, irgendwas, eine Schanze draus machen, um irgendwo drüber zu springen, oder auch Türen, die ihr öffnen, aber auch schließen und verschließen könnt, oder Tore, um einfach Wege auch zu sperren, solche Möglichkeiten soll es in Battlefield 2042 geben, um einfach dieses Sandbox-Erlebnis noch ein bisschen dynamischer und abwechslungsreicher zu gestalten. Eins dieser Revolution-Elemente ist eben auch dieser Raketenstart, den wir gesehen haben, und der ist auf der nächsten Map, Orbital, die ja in Neu-Guinea scheinbar spielen soll, und als Vergleich wurde hier für die Größe, die Battlefield 5-Map, Navig herangezogen, und dort haben wir auch schon Panzer gesehen, dort haben wir viel Infanterie gesehen, viel, ja, Dschungel, sehr grünlastig, und eben im Center, diese Rakete, die man scheinbar auch starten lassen kann, gegebenenfalls über den Trigger, wo man irgendwie, wie ich schon mal erwähnt habe, gegebenenfalls in den Bunker rein muss, und da irgendwie den Knopf drückt, und die kann eben auch aus dem Konzept gebracht werden, denn dieser Raketenstart kann scheinbar ganz normal stattfinden, aber wird wohl auch, und da soll scheinbar auch ein Tornado mit dabei sein, durch einen Tornado störbar sein, und dann wird die wohl, denke ich mal, zu Boden krachen, und wahrscheinlich auch wieder das, ja, die ganze Map ein Stück weit verändern, weil die Explosion bestimmt einen Impact auf die umgebenden Gebäude und so haben wird, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, sieht auch sehr cool aus, gerade auch für die Flugzeugfreunde unter euch, was einfach, glaube ich, eine sehr coole Map ist, auch für Dogfights. Kommen wir zu der Map, von der wir bisher im Trailer nicht wirklich was gesehen haben, und das ist die Map Renewal, und Renewal ist hier ein gutes Stichwort, denn diese Map wird von der Mauer durchzogen, die wurde nicht von Donald Trump errichtet, wobei ich mir vorstellen kann, dass zu der Zeitepoche eventuell wieder irgend so jemand an der Macht ist, was USA angeht, aber diese Map teilt im Endeffekt zwei Biome, kann man sagen. Auf der einen Seite haben wir eher so ein bisschen Brachland, Wüste, und auf der anderen Seite haben wir eher fruchtbareres Land, mit mehr grünen Flächen, unter anderem auch so eine Solaranlage, die da auch ist und wahrscheinlich auch eine der Combat Zones sein wird, bietet scheinbar auch abhängig davon, auf welcher Seite der Mauer, die du dich gerade befindest, unterschiedliche Möglichkeiten. Brachland, vielleicht weniger Deckungsmöglichkeiten, eher Fahrzeuge, die da agieren, und auf der anderen Seite mehr Möglichkeiten für die Infanterie, einfach auch Deckung zu finden und da rumzusneaken. Sieht auch sehr, sehr, sehr cool aus, weil sie einfach unterschiedliche, ja, unterschiedliche Environments in eine Map damit gepackt haben und die orientiert sich an der Map Eris aus Battlefield 5 und Eris ist eine der Maps gewesen, die ich in Battlefield 5 eigentlich ganz cool fand, weil der Rest der Battlefield 5 eher nicht so geil war. Die nächste Map, die wir schon gesehen haben, ist Manifest und das war diese Szene in diesem Containerabschnitt, wo das eine Team komplett überfallen wurde und man würde jetzt meinen, okay, das klingt nach einer Close Quarter Map, aber, wenn ihr den Vergleich euch anschaut, dann wird sie mit Caspian Border verglichen, aus Battlefield 3 und die war ja alles andere als klein und diese Map ist noch weitaus größer. Das heißt, es findet nicht nur Fights in diesem Containerabschnitt statt, sondern auch drumherum. Dazu haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber gerade dieser Containerbereich erinnert natürlich an Noscher Kanäle und natürlich an Infantry Fights und der Twist dazu ist Revolution-technisch, dass diese Container durch Kräne immer wieder hochgehoben und anders versetzt werden. Das heißt, das Map-Layout ändert sich auch stetig und ihr habt die Möglichkeit, mit diesem Container euch mittragen zu lassen und damit vielleicht die Gegner zu pushen oder einfach zu umrunden oder aber auch von so einem Container platt gemacht zu werden, wenn ihr nicht aufpasst, dass ihr von oben runterkommt. Also auch eben diese Sandbox-Elemente werden versucht, hier mit reinzunehmen, um einfach mehr Dynamik und Abwechslung in das Spiel zu bringen. Das finde ich schon eigentlich eine coole Idee. Die nächste Map ist Hourglass und das ist die Sand-Map, die Wüsten-Map von Battlefield 2042. Und dazu haben wir auch schon ein paar Sachen gesehen, die teilt sich auf in einen Abschnitt aus Wüste bestehen, wo unter anderem auch ein Stadion ist, was schon sehr krass bedeckt ist von Sand und auf der anderen Seite dieses Stadt, dieses Skyline, in die wir rein können. Wenn die so ein bisschen an Dawnbreaker erinnert, wenn man sich zurückerinnert an Battlefield und das bietet einfach so viel Abwechslung. Die ist auch extrem groß, wird mit der Map Hamada verglichen aus Battlefield 5 und die war schon extrem groß, auch fahrzeuglastig und ist nochmal weitaus weitflächiger. Richtig krass. Du hast auch wieder die Möglichkeit, in der Stadt zu kämpfen, auch auf den Wolkenkratzern, in den Gebäuden, aber auch auf freier Fläche zwischen dem Weg von Stadion zu Stadtkern, sage ich jetzt mal, einfach viele Fahrzeugmöglichkeiten da rumzurotieren, natürlich auch Flugzeuge und das Krasse ist auch, es gibt einen Sandsturm als Revolution-Element. Da kommt ein fetter Sandsturm an, der einfach mal die Sicht wahrscheinlich extrem verringern wird, wahrscheinlich für Flugzeuge auch ein bisschen schwierig dann da zu manövrieren und einfach das Gameplay auch ändert, weil so vielleicht freie Flächen, wo du vorher als Infanterist echt Schwierigkeiten hast, drüber zu kommen, jetzt die Möglichkeit dir geboten wird, in der Sicherheit des Sandsturms nicht so leicht gesichtet wirst und dann die Möglichkeit hast, das halt zu nutzen, wie so eine riesen Smokewand, sage ich jetzt mal, um halt irgendwo hinzukommen, wo du hin wolltest. Also, sieht auch wirklich aus wie eine coole Map und ist auch eine der größten Maps in Battlefield 2042. Ja, und das waren sie, die sieben Maps, die wir zum Release von BF2042 erhalten werden. Ich hoffe, dass ihr jetzt die ein oder anderen Details davon jetzt noch bekommen konntet und einfach einen besseren Einblick bekommt. Gerade was auch die Größe angeht und wie man jetzt diese Maps spielt mit den entsprechenden Sektoren, diesen sogenannten Combat Zones und dass ihr einfach versteht, wie das ganze System rund um bis zu 128 Spieler auch funktionieren kann und funktionieren soll. Und wenn ihr natürlich weiterhin diese Informationen haben wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Für den deutschsprachigen Content zu Battlefield 2042 kann ich euch nur raten, hier auf jeden Fall noch ein Abo dazulassen und natürlich die Glocke zu aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen und hab mich gefreut, euch heute wieder in diesem Video ein paar Informationen geben zu können. Das wird natürlich auch weiterhin so gehen, denn ich habe immer noch weitere Details und werde hoffentlich auch weiterhin sehr verstrickt sein in Battlefield 2042. Von daher kann ich nur noch sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video und bei euer Ziel immer am Auge, ich bin erstmal raus. Euer Lost. Ich bin erstmal raus.